In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Git-Repositorium zum kollaborativen Bearbeiten von Dokumenten anlegen können. Hierfür benötigen wir einen Editor, die Git-Software auf dem lokalen Rechner sowie eine Online-Schnittstelle. Nun gehen wir durch die einzelnen Installationsschritte. Zunächst legen wir einen Editor fest. Mithilfe des Editors werden wir später unsere Dokumente in Git und GitHub bearbeiten können. Hierfür ist zum Beispiel der Atomeditor geeignet. Dieser wurde unter anderem für die Arbeit mit Git optimiert. Auf dieser Webseite können wir den Atomeditor herunterladen. Durch Anklicken der Exit-Datei wird die Installation gestartet. Danach öffnet sich der Editor automatisch. Nun gehen wir zum nächsten Schritt, indem wir die Git-Software, also Git-Bash, auf unserem Rechner lokal installieren. Auf der Git-Webseite finden wir die benötigte Installationsdatei. Nach dem Anklicken der Exit-Datei öffnet sich das Setup-Fenster. Nach dem Akzeptieren des Nutzungsvertrages wählen wir den Ordnerpfad für das Git-Programm aus. Wir übernehmen die bereits voreingestellten Komponenten sowie den Startmenü-Ordner. Für unsere Zwecke verwenden wir den vorher installierten Atomeditor. Die Pfad-Umgebungseinstellung kann voreingestellt belassen werden. Ebenso die Bibliothekseinstellung für den Git-HTTPS-Transport und das Textdatei-Zeilen-Ende-Verhalten. Allerdings verwenden wir die Standard-Windows-Konsole als unser Terminal. Durch die Konsole erhalten wir Zugriff auf die Funktion von Git-Bash. Die Git-Pull-Option kann auf Standard belassen werden. Ebenfalls die Extras sowie die experimentiellen Optionen von Git. Die Installation der Git-Bash ist auf unserem lokalen Rechner abgeschlossen. Nun können wir uns um die Einrichtung der Online-Schnittstelle auf GitHub kümmern. Um die Dienste von GitHub nutzen zu können, benötigen wir einen GitHub-Account. Für unsere Zwecke reicht ein kostenloser Account. Allerdings ist mit einem kostenlosen Account nur das Anlegen öffentlich sichtbarer Repositorien möglich. Das heißt, dass alle Dateien, die dort abgelegt werden, öffentlich einsehbar sein werden. Auf der offiziellen Webseite von GitHub können wir uns registrieren und anschließend auch anmelden. Danach können wir mit dem Anlegen unseres Online-Repositoriums starten. Unserem Repositorium geben wir nun einen Namen. Danach bestätigen wir das Initialisieren der README-Datei und klicken auf den Button Create Repository. Unser Online-Repositorium ist somit angelegt. Nun richten wir dieses auf unserem Rechner ein. Zunächst gehen wir in das Verzeichnis, in dem wir unser lokales Repositorium speichern wollen. Wir aktivieren durch Rechtsklick auf unser Verzeichnis die Option git bash here. Nun wird unser Zeilenkommando gestartet. In der Konsole geben wir unsere Befehle ein. Mit dem Befehl git clone können wir unser Online-Repositorium auf GitHub auf unserem Rechner kopieren. Dafür gehen wir auf die Hauptseite unseres GitHub-Repositoriums. Dessen HTTPS-Adresse finden wir unter dem Button Code. Wir kopieren es in unseren nun vollständigen Clone-Befehl und bestätigen mit Enter. Nach einer kurzen Zeit erhalten wir die Erfolgsmeldung. Den lokalen Repositoriums-Ordner können wir finden, indem wir auf unseren Git-Ordner gehen. Wir sehen, dass der neue Ordner den gleichen Namen enthält wie unser Online-Repositorium. Wir können wiederum auf diesen gehen und in den Ansichtseinstellungen auf ausgeblendete Elemente anzeigen klicken. Jetzt sehen wir neben unserer README-Datei auch die versteckten .git-Dateien, die diesen Ordner als unser aktives, lokales Repositorium kennzeichnen. Um den Status des Repositoriums zu erfragen, müssen wir zunächst unseren Arbeitspfad im Zeilenkommando aktualisieren. Dafür geben wir den Change-Directory-Befehl zusammen mit dem Namen unseres nun angelegten Repositorium-Ordners an, cd-repo-github. So wie der Arbeitspfad der Zeilenkonsole geändert wurde, können wir nun den Status unseres Repositoriums erfragen, mit folgendem Befehl, git-status. So erhalten wir alle relevanten Infos, die für die zukünftige Kollaboration wichtig sein werden. In diesem Tutorium haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie den Atomeditor installieren, wie Sie Git Bash für den lokalen Git-Zugriff einrichten, wie Sie ein Online-Repositorium auf GitHub anlegen und wie Sie das Online-Repositorium mithilfe der Kommandozeile auf dem lokalen Rechner einrichten können. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie das kollaborative Arbeiten über Git funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen!